Ohne uns losgeflogen. Wir waren etwas zu spät. Wir sind halt über Mons gesprungen. Request und Schirm? Ich kann sie nicht scheren. Hütten, Gasfreundlichkeit. Müsste eigentlich oben annehmen können. Besiege Knochen, Drescher. Okay, ja noch habe ich. Hä, sind wir noch da? Hab ich gemacht, ja. Ja, aber... Keine Ahnung, ich bin jetzt noch im Ladescreen. Ich bin gerade erst wieder reingegangen. Wenn ich nur da draußen sieht man es. Dann lass doch mal rausgehen. Ja, was ist das denn nun? Ne, dann wartet mal alle. Ich resette zurück und ich gehe als erstes rein. Die Uncense wurde erst kurz und so. Okay. Okay. Mom, gucken wartet mal her. Die Uncense Bible. Wie 45! Sie ist still